Ich fand ihn inmitten des Kraters. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Dann werde ich sie niederstrecken und euch das Schwert bringen. Ich habe das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Du solltest sie dir mal ansehen. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Oh, was war das? Ja! Auf, schmarrn! Das war erpreschend. Wie ich vor einiger Zeit enthüte, waren die Kasra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Vis-Jerai sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und fräger Natur. Diese Tage sind vor... Nicht genug Hass, weithin wird von Angriffen durch die Kasra berichtet und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Das riesige, schwerfällige Biest, gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als Wittiefelder von Tristram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keine der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neutristram und Wurt M. mit ihrer Ernte. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angebefügt wurden. Unglaublich! Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich, sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubigen... Tötet ihn! Wir müssen uns mit dem Retriber eilen. Macht auch weg, bald hier sein. Was geschah? Ich mir dachte, das Bruchstück ist hier. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ihr seid nicht die Besitzerin dieses Schwertes. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Ich muss zurückkehren. Das Schwertbruchstück habe ich. Aber eine Frau namens Magda hat gemeinsam mit ihren Lakaien versucht, es mir zu entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Magda hat etwas Merkwürdiges über das nächste Bruchstück gesagt. Sie glaubt, es ist dort gefallen, wo nur die Uralen willkommen sind. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephilim. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephilim waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Wir beide sind gar nicht zu verstehen. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich nicht. Das ist nur wenige Mal, der in meinem Leben geschehen ist. Und nur wenn ich in große Gefahr war. Und es scheint, dass ich nicht viel zu tun bin. Die ist nicht wirklich der Grund. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Liebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst! Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha. Mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Mein Liebster wird mich retten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgelde wird euch finden. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belgier, äh, wie ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie ihr verkaufen. Doch leider, leider muss ich dafür mit meinem Freund hier vorziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben, dafür will ich ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwältigung zieht, euch darauf einzulassen. Aber ihr habt eurer Verlobten ein Versprechen gegeben. Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lündon. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Und wenn ihr euch von Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt dir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Such zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urarmen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel, uralter Verderbnis. Sie sind stärker als die meisten jegenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauen Folgen. Dräng sie zurück! Ah! Oh Mann! Das ist alles klar! Der Decker nannte diese Flugwesen den beflügelten Tun. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hab nicht mal geschwitzt. Das ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Architekten ging. Das ist erstaunlich. Ich habe nicht genug hart. Ich habe nicht genug hart. Ich glaube, ich habe euch vor einigen Monaten in einem Gasthaus gesehen. Das kann gut möglich sein. Ich bin nicht gereist. Man sagt, ihr wart von ausgesuchter Höflichkeit, doch sparsam mittrinket. Wir sollten uns beeilen. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Das ist erstaunlich. Ich habe nicht mehr die Angelegenheit. Ich habe nicht mehr die Angelegenheit. Das ist erstaunlich. Ich werde nicht mehr die Angelegenheit. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schnürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Er? Ich kehre in die Stadt zurück. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren könnten. Was einst eins war, wird zu vier. Und selbst da die drei eins werden, werden die vier nie wieder eins sein. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Ich kann ihnen keine Vorwürfe für die Ausübung ihrer Pflichten machen. Was sehr verrастenετε, wir haben sie d organizational Möchtling. Was noch neue Manöwenung Ich kann es unseres nicht mehr, da aus dem Griffen führen. Wir sind sonst ebenso beim Leben. Wir warten hier zu viel. Wollen wir dich erinnern. Wir werden uns kurz jetzt Humor zuen, Gestalten nicht mehrmals neben sich selbst arbeiten. Mit unseren Gehakt haben wir этот festgelegt. Es gibt Cara... Die Bauweise, das ist noch aus der Zeit vor den Sündenkriegen. Niemand wird Hüttes aller heiliger. Verhebt euch meine Brüder, es gilt auch nicht und entstand! Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden fressen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligstück. Der Geist spricht wahr. Dies war ein guter Ort. Ich kann es fühlen. Der edle Held hat sich bisher hier durchgekämpft, nur um zu sterben. Ehe schon wieder. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald ein Schicksal teilen. Meine Kleine, das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meint er sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht euch abzulenken. Hört nicht auf sie. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Unser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Mein Liebster Hedric. Mein Liebster Hedric. Magda ist uns dicht auf den Fersen. Wir müssen das letzte Stück schnell finden. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wortham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fehrmann übersetzen. Ich hab' nachgedacht. Das kann nicht einfach nur... Ich muss nach Worthen. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Sie zerstören die Stadt, Muflitz. Und die sind die sich der Macht. Die sind die allhirnlose Kultisten. Was für eine Verraschung. Helft mir. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg. Das würde euren Tod bedeuten. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt auf Asche legen. Etwas. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Ich habe nicht genug Pass. Eine unglaubliche Leistung. Die Leute in der Kapelle brauchen meine Hilfe. Ich gehe voraus. Ihr habt uns gerettet. In der Nähe dieses Dorfes ist vor kurzem das Heft eines uralten Schwertes niedergegangen. Habt ihr es vielleicht gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Cains Haus. Es liegt an dir, King. Nutze deine horatrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Mein Meister Benial jedoch bedeutet es alles. Klob! Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann... ...und nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel... ...du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Ah, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus dem hohen Himmel. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Aber auch die Wahrheit befindet sich darin. Herr Deckard!